Jo Leute, Pukwaker Fairworks wieder am Start für euch. Heute gibt es hier mal ein echtes Highlight und zwar hier das Bluestar Bombenrohr von Diamond mit einem Kaliber von 50 Millimetern. Das wird jetzt wahrscheinlich mein letztes Bombenrohr sein, dass ich hier in meinem Leben hier von Diamond schieße, weil sie ja leider ab 2017 verboten werden. Deshalb werde ich dieses Bombenrohr jetzt noch umso mehr genießen. Das Teil ist wirklich richtig fett. Letztlich hatte ich mir das Golden Star bestellt. Das habe ich wirklich sehr artig überzeugt. Das war so krass. Ich hoffe, dass es beim Bluestar jetzt hier genauso, aber ich denke natürlich schon, weil die Diamond Bombenrohr natürlich immer unglaublich geil sind. Ja Leute, dann würde ich sagen, zünden wir das Ding jetzt und genießen es noch ein letztes Mal, bevor sie dann jetzt ab 2017 verboten werden. Los geht's. So, Bluestar von Diamond. Das letzte Mal für mich, dass ich das Teil schießen darf. Oh, ein richtig fettes Teil. Okay. Let's love it. Okay. caught up . Also, shall we? On Stellen. Baby. Ja. Hier Sud- Is noch nie. uliшь? Bitte, цен力.